Moin Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Fact-Video. Heute werde ich vier Ketten aus Metall gießen. Eine aus Silber, eine aus Aluminium und zwei aus Messing. Die Gussform besteht aus Holz, die drücke ich dann immer in den Formsand ein und gieße die Formen alle einzeln. Wenn ihr irgendwelche Fragen dazu habt, lasst einen Kommentar da oder wenn ihr Videoanregungen habt, auch gerne schreiben. Viel Spaß beim Video. 10. 10. 10. 10. 14. 40. 10. 15. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020